Jetzt werden wir eine Jobinterview-Konversation zwischen Ms. Müller und Mr. Schmidt sehen. Darf ich reinkommen? Bitte komm herein. Guten Tag Herr Schmidt. Willkommen in unserem Krankenhaus. Ich bin Frau Müller, die Personalreferentin. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag Frau Müller. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Wie war Ihre Anreise? Haben Sie das Krankenhaus gut gefunden? Ja, danke. Die Anreise war problemlos und die Beschilderung hier ist sehr gut. Das freut mich zu hören. Dann lassen Sie uns gleich mit dem Interview beginnen. Erzählen Sie mir bitte zunächst ein wenig über sich und Ihren beruflichen Hintergrund. Gerne. Mein Name ist Paul Schmidt. Ich bin 28 Jahre alt und habe meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger vor sechs Jahren abgeschlossen. Seitdem habe ich in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet, zuletzt im St. Josef Krankenhaus in Köln. Das klingt interessant. Welche Aufgaben haben Sie dort übernommen? Ich war auf der chirurgischen Station tätig. Zu meinen Aufgaben gehörten die Betreuung der Patienten vor und nach operativen Eingriffen, die Wundversorgung, die Verabreichung von Medikamenten und die Unterstützung bei der Mobilisation. Außerdem habe ich regelmäßig an Fortbildungen teilgenommen, um mein Wissen auf dem neuesten Stand zu halten. Sehr gut. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Arbeit im Team gemacht? Die Teamarbeit ist für mich sehr wichtig. In der Pflege sind wir auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen, um die bestmögliche Versorgung der Patienten sicherzustellen. Ich habe immer gerne im Team gearbeitet und finde es wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und respektiert. Da stimme ich Ihnen zu. Wie gehen Sie mit stressigen Situationen um? In einem Krankenhaus kann es ja manchmal sehr hektisch zugehen. Stressige Situationen gehören leider zum Alltag in der Pflege. Ich versuche, in solchen Momenten ruhig und konzentriert zu bleiben. Es hilft mir, Prioritäten zu setzen und Aufgaben systematisch abzuarbeiten. Außerdem finde ich es wichtig, offen zu kommunizieren und Hilfe zu suchen, wenn es nötig ist. Das ist eine sehr gute Einstellung. Haben Sie auch Erfahrung in der Betreuung von Intensivpatienten? Ja. Während meiner Ausbildung hatte ich mehrere Einsätze auf der Intensivstation. Dort habe ich gelernt, wie wichtig eine engmaschige Überwachung und eine sorgfältige Dokumentation sind. Obwohl ich hauptsächlich auf normalen Stationen gearbeitet habe, bin ich mit den Grundlagen der Intensivpflege vertraut. Das ist gut zu wissen. Wie gehen Sie mit schwierigen Patienten oder deren Angehörigen um? In solchen Situationen versuche ich, besonders einfühlsam und geduldig zu sein. Es ist wichtig, die Sorgen und Ängste der Patienten und ihrer Angehörigen ernst zu nehmen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gut aufgehoben sind. Offene und respektvolle Kommunikation ist dabei der Schlüssel. Das sind wichtige Qualitäten. Was motiviert Sie besonders an der Arbeit als Krankenpfleger? Die Möglichkeit, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen und sie zu unterstützen, ist für mich eine große Motivation. Jeder Tag ist anders. Und es ist sehr erfüllend zu sehen, wie Patienten Fortschritte machen und gesund werden. Auch die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team motiviert mich sehr. Das hört sich sehr gut an. Haben Sie spezielle Interessen oder Weiterbildungen, die für unsere Einrichtung besonders relevant sein könnten? Ich habe eine Weiterbildung in der Wundversorgung absolviert und interessiere mich besonders für die Pflege von Menschen mit chronischen Wunden. Das sind sicherlich wertvolle Kenntnisse für unser Team. Wie stellen Sie sich Ihren idealen Arbeitsplatz vor? Mein idealer Arbeitsplatz ist ein Ort, an dem ich mich fachlich und persönlich weiterentwickeln kann. Wichtig ist mir auch eine gute Arbeitsatmosphäre, in der Teamarbeit und gegenseitiger Respekt großgeschrieben werden. Außerdem lege ich Wert auf regelmäßige Fortbildungen und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. Das sind sehr gute Ansätze. In unserem Krankenhaus legen wir großen Wert auf Weiterbildung und eine gute Teamkultur. Haben Sie noch Fragen an uns? Ja, mich würde interessieren, wie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter bei Ihnen abläuft. Neue Mitarbeiter durchlaufen bei uns ein strukturiertes Einarbeitungsprogramm. In den ersten Wochen werden Sie von einem erfahrenen Kollegen oder einer Kollegin begleitet, die Ihnen die Abläufe und Besonderheiten unserer Einrichtung zeigen. Zudem gibt es regelmäßige Feedback-Gespräche, um Ihre Integration bestmöglich zu unterstützen. Das klingt sehr gut. Wie sieht es mit den Arbeitszeiten und der Schichtplanung aus? Wir haben ein flexibles Schichtsystem, das auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter abgestimmt ist. Natürlich gibt es auch Nachtdienste und Wochenendarbeit. Aber wir bemühen uns, die Schichten fair zu verteilen und auf persönliche Wünsche Rücksicht zu nehmen. Das finde ich sehr wichtig. Vielen Dank für die Informationen, Frau Müller. Gern geschehen, Herr Schmidt. Ich denke, Sie passen sehr gut in unser Team. Wir werden uns in den nächsten Tagen bei Ihnen melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Vielen Dank, Frau Müller. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und hoffe, bald Teil Ihres Teams zu sein. Wir auch. Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.